Moini und da bin ich auch schon wieder mit einer Runde bei DLM2V8 als Clodette, als Sanitäterin. Wer könnte das besser als eine Clodette? Und außerdem kann ich so auch mal meinen... Bist du ein Bot? Okay, ich geh mal woanders hin. Äh, meinen wunderschönen Winterpullover. Ausrüsten. Gucken wir mal, wer hat wen anders? Das klingt eher nach einem Trapper und einer Nurse. Das ist ein... Geist und einen Nurse. Elo, die war gerade AFK, jetzt ist sie wieder da. Und da sehen wir den Bug. Die Bodyblock, die Palette, Hilfe. Den Bug mit der Nurse, mit dem Aura Reading, mit der... Sense in der Hand. Da ist ein so ein verirrter Pixel, das ist richtig wild. So, also. Clodette mit ihrem Winterpulli. Als Sanitäterin. Als Sanitäterin sehe ich verletzte Überlebende. Kann diese schneller heilen. Bekommen auch einen Heilbonus. Der richtig, richtig wahnsinnig ist, der Heilbonus. So, nicht, dass ich nicht nach hinten geguckt hätte, aber ich hab nicht nach hinten geguckt. Gut. Da war aber gerade noch der Geist. Da vorne. So, geht jetzt ein Jen gleich an? Nee. Das ist gut, dann hat er keine Aurasicht auf mich gerade. Dann guck ich mal, dass ich hier vorne nochmal Edulie heilen gehe. Dann gehen wir. Ich nutze mal den Heilungsbonus. Dann kriegt sie so einen richtig schönen Boost hier auf die Heilung. Den kann man auch übrigens im Chase mega krass nutzen. Wenn mehrere Leute heiler sind und es im Chase nutzen, dann kann man sich einfach komplett hochheilen lassen im Chase. Das ist richtig ekelhaft. Und super witzig. Oh, da ist ein Geist. Guck ich mal, dass ich hier so ein bisschen irgendwo anders... Ah ja, ich hier retten gehe. Ist ja meine Aufgabe. Aber ich bin Sanitäterin. Ich gehe retten. Komm ich mal runter. Ich hab gerade leider keinen Boost für sie übrig, aber... Achso, das ist die Meg, die wie ein Bot gespielt hat, ne? Die irgendwie am Anfang ein bisschen Stress machen wollte. Wer weiß warum. So. Ich kann euch jetzt schon sagen, Edulie wird hier rauskommen und ich werde sie wieder heilen. Aber es macht unglaublich. Also es gibt unglaublich viele Punkte. Super cool. Was hat Edulie uns von Würst gegeben? Zum Reparieren, glaube ich, ne? Wer ist das? Hä? Was war das? Ach, das war der Boost, der aufgehört hat. Ich dachte gerade hier... Ist irgendwie ein Trapper hinter mir. Das hat so... ...gemacht. Ne. Das funktioniert so nicht. Er hat dann Aurasicht. Gut, da ist die Krankenschwester. Okay. Da war er. Okay. Ich gehe wieder zu meinem Jen hier rüber. Einmal den Rückgang hier aufhalten. So, jetzt kann ich dich heilen, wenn du willst. Er kommt. Ich wollte ihn bodyblocken, aber sie ist nicht gerannt. Was soll ich machen? Er tritt gegen den Jen, sieht unsere Aura dann. Okay. Da ist noch eine Palette. Er geht aber zurück. Ich kann mal gucken, ob ich ihr den Heilungsboost geben kann. Dann wäre sie vollgeheilt. Das wäre ja auch krass. So. Habt ihr es gesehen? Mega frech, ne? Das war richtig frech und richtig cool. Hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ich darf nicht so schissig sein. Nia macht das schon. Ding Bong. Er kommt zu uns zurück. Wir waren leider die Paletten weg. Das heißt, ich versuche mal weiter wegzukommen. Da ist die Krankenschwester. Okay, die heilt sich selber. Er beschützt den Jen ganz gut hier in der Ecke. Aber wir versuchen es ja auch immer wieder, ne? Was soll man machen? Gilt trotzdem, dass er nur achtmal gegen treten kann? Ich sehe und höre ihn nicht. Ah, hier. Okay, er sieht und hört mich auch nicht. Ist auch gut. Aura-Sicht. Blended. Blended it is. Er ist in die Richtung weg. Er ist nicht in die Richtung weg! Hallo! Kann ich mir den Bonus auch selber geben eigentlich? Bin mir nicht sicher. Da ist er. Ich habe gesehen, dass da noch ein Mediapaket lag vorhin. Da ist eine Krankenschwester. Ob die mir wohl helfen kann? Autsch. Dankeschön. Aber das ist echt frech, ne? Mit dem Heilungsbonus. Aura-Sicht, Aura-Sicht, Aura-Sicht. Schon wieder Aura-Sicht. Ja, ist alles sehr ärgerlich. Das stimmt. Da gehen wir mal nicht hin. Durch so einen Stein sich durchzutilportieren, ist richtig ätzend. Hey, Blended 3.0! Autsch. Der Leck war fies. Müssen aufpassen, dass nicht hinter mir plötzlich noch ein Killer ist. Okay. Tschüss. Die Truhe ist schon fast auf. Kommt, das lohnt sich. Das lohnt sich. Eigentlich wollte ich weiter ran. Der Gen ist auf Null inzwischen. Gut. Wir gucken mal, wo wir noch helfen können. Ich habe ein gelbes Medi-Paket. Ich fühle mich richtig stark. Wellungsbonus ist auch wieder parat. Da hinten arbeitet jemand an einem Gen. Es arbeitet eine Mech an einem Gen. Und eine Elodie. Die Elodie ist verletzt. Da kann ich hingehen. Warum muss das Elodie sein? Weil der Gen mir hervorgehoben wurde. Ah, Mistikus, ja. Weil der Gen mir hervorgehoben wurde. Und Elodie... Die Rolle hat, dass die Gen's hervorgehoben werden. Aurasicht einmal. Die Nurse ist da hinten. Wir haben sehr viele Speer in der Runde. Das ist richtig gut. Dieser Heilungsbonus, den man zünden kann, der gilt halt für alle im Umkreis. Das heißt, ich kann auch zwei, drei Leute gleichzeitig hochheilen. Und das ist halt ultra stark. Okay, hier ist kein Ausgangstor. Die sehen meine Aura ziemlich dolle. Weil... Kannst du nicht zum Haken gehen? Okay, cool. Gesehen, das meinte ich mit... Die Leute rennen weg und ziehen einfach verletzen, obwohl sie nicht im Chase sind. Oh ja. Äh, die... Ja, keine Ahnung. Also haben wir hier ein Ausgangstor. Da hinten ist sogar ein richtiges Ausgangstor. Aber ja, das ist klasse. Die heilen sich zu zweit, sind beide verletzt. Heilungsbonus. Und du bist voll. Krass, warum ist die denn schon voll gewesen? Das war ja wild. Ist der Ausgang schon offen? Der ist noch nicht offen. Ist der Ausgang da hinten offen? Der hat auf jeden Fall eine Krankenschwester da, ne? Ich habe meinen Heilungsbonus leider jetzt gerade verspielt. Das heißt, ich kann höchstens ans Tor gehen, ne? Da waren ja vier Leute. Ich kann tanken. Kommen Sie her. Ich kann tanken. Oder heilen. Heilen kann ich auch. Jetzt stehen wir hier halt zwischen zwei Ausgangstorschaltern. Ja, die kriegen das Tor dann nicht auf und wollen aber alle, ne? Das ist immer schwierig. Na, die liegt jetzt. Ich guck mal, dass ich einfach durchrenne. Ich wollte das Medi-Paket dir verschenken hier. Ich weiß, ihr habt eigentlich gelernt, dass ich das nicht mehr mache, aber jetzt gibt ja kein Nomad hier in der Runde gerade. Uff, das war spannend. Die haben ein bisschen auf den Ausgangstorschalter da hinten gegeiert. Ist immer schwierig, da eine richtige Entscheidung zu treffen. Ist okay, das ist jetzt auch raus. Wir sind zu... Boah, es ist nur eine Person drin geblieben. Das war die Ada, die ich da noch beobachtet habe. Am Ende ärgerlich. Die wollte wirklich gerne raus aus dem Ausgang. Aber es ist schwierig, wenn man sich nicht absprechen kann. Ist manchmal schwierig. Es war eine sehr starke Runde. Ich bin in Blendet 3.0. Habe ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich sag GG. Und wir gehen mal rüber zu der nächsten und letzten Runde. Mit dem Spannbus. Wie heißt der? Fluchtprofi. Bis gleich. Moini. Und da bin ich auch schon wieder im 2v8 mit Meg, dem Fluchtprofi. Ich bin richtig gespannt. Die Rolle habe ich noch gar nicht gespielt. Ich kriege jetzt so einen Sprintboost. Wenn ich anfange zu rennen. Sehe Paletten und Fenster. Huntress und Billy. Und kann meinen überlebenden Freunden ebenfalls einen Sprintboost gönnen. Sie hat keinen Terrorradius gerade. Ich weiß nicht warum. Aua. Ich war schon durch. Aua. Ist sie hier? Aurasicht. Da ist sie. Und sie lässt ab von mir. Dankeschön. Hi. So den Bonus für schnell und leise. Der war ganz witzig. Lautloses Hasten. Da hinten ist der Billy. Ich gehe mal retten. Ihr seid hier zu zweit. Ich gehe mal nicht retten. So und diesen Bonus, den Sprintboost, den kann ich auch meinen überlebenden Freunden nicht übertragen. Das ist ganz witzig. Ich witz sehr laut. Was hast du für eine Rolle? Danke. Aua. Hängen geblieben. Willst du dich echt wieder auf mich einlassen? Sie sagt nein. Danke. Maria ist Sanitäterin. Aber es hat trotzdem nicht gereicht mit dem Bonus für mich. Okay, ich gehe mal retten. Ich weiß, wir let's retten gehen doof und so. Aber komm, wir heilen dich einmal hoch hier. Dann hoffe ich drauf, dass die mich zum Danach halt auch noch weiter hochheilen. Das war auf jeden Fall schon ziemlich witzig. Ich sage ja, man muss nur so ein ganz bisschen Chase aushalten. Und schon lassen die von einem ab und wollen einen auch nicht mehr so dringend jagen. Das ist ganz witzig eigentlich. Oh, ich gehe mal in die Truhe. Finde ich, habe ich mir jetzt verdient. Da vorne wird gearbeitet. Da ist Maria. Da ist ein Biddy. Nice. Wie ist denn hier die Verteilung so? Kommt ihr hier rüber gesägt? Nicht mit mir, mein Freund. Darf ich hier rüber? Könnte ich eventuell meinen Sprintboost wieder auffüllen? Jetzt sind es beide hier, ne? Ich konnte nicht in die Ecke rennen. Das war ein bisschen doof. Sonst wäre ich enger gerannt. Aber es hat mich überrascht, dass da die Huntress war. Naja, egal. War gut, war gut. War in Ordnung. Wir müssen auch nur noch vier Gents machen. Die haben noch nicht jeden an Haken und noch keinen Tod und noch keinen Dead on Hook. Ich würde sagen, das läuft. Du bist schweren Duo. Ja, sehr schön. Du hast mir einen Bonus gegönnt. Danke. Bonus fürs Hassten. Bonus fürs Reparieren. Danke. Da war Billy. Oh, die sind jetzt... Die haben sich entschlossen, zu zweit durch die Gegend zu gehen. Das ist fies. Wenn dieser Bonus vorbei ist, das klingt immer wie ein Trapper, der eine Falle aufhebt. Und schon geht der letzte Gen jetzt auch an. Komm, wir rennen. Da konnte sie sich nicht entscheiden. So, ich bin zwar keine Heilerin, aber... Hier wird noch von einer Heilerin am Gen gearbeitet. Ich habe ein Medi-Paket. Oh, okay. 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 Ich würde sagen, das kriegen wir auch so hin. Oha. Okay, da ist Billy wieder. Die Huntress ist ja auch irgendwo. Dort. Ein Bonus fürs Lautlose. Hasten war noch aktiv. Das war nett. Aber Billy... Schade. Oh, der Billy ist echt gut. Und ich bin nicht so ein guter Fluchtprofi. Ich verstehe nicht ganz, was meine Aufgaben sind. Das mit dem lautlosen Hasten als Gruppenaufgabe. Ich weiß nicht. Das kriege ich nicht so gut hin. So, Maria ist am letzten Gen. Und ich habe jetzt Safecare parat. zwei Ausgänge sehr nah beieinander. Ein Billy hier, der weg geht. Danke. Maria! Komm zu uns. Ich habe sogar getankt. Das meine ich, das Geräusch. Das ist echt krass, oder? Warum dauert der Ausgang so lange? Oh, Maria ist echt weit weg. Ein Bonus ist vorbei. Vielleicht sollte ich nicht weggehen hier vom Ausgang. Ach, aber Maria... Ich hoffe, da geht jemand retten. Wie weit ist der Ausgang hier vorne denn? Es wurde retten gegangen. Hier ist eine Huntress. Okay, der Ausgang ist zu. Okay, ciao. Ich habe gesehen, dass Billy auf der anderen Seite der Map war. Aber mir ist trotzdem kurz das Herz stehen geblieben. Ähm, läuft schon, läuft schon. Fluchtprofi nicht unbedingt, wenn man mal so das ganz objektiv sagen kann. Nicht meine Rolle. Ich mag Spähe auf jeden Fall gerne. Und für mich lief ja auch die Runde als... Die anderen Runden liefen auf jeden Fall sehr gut für mich. Diese hier, muss ich sagen, habe ich nicht so gut ausgespielt. Ich glaube aber auch, dass ich zum Beispiel Fluchtprofi beim letzten 2v8 fast gar nicht gespielt habe. Weil das immer alle spielen wollten. Und die Rolle nie offen war. Und ich immer dachte, hey, ich heile sowieso ganz gerne. Also was soll's. Oder ich bin sowieso eigentlich... Also meine Lieblingsrolle ist Späherin. Sie macht es mit dem Billy gut, ne? Aber die sind hier halt zu zweit. Beide Killer. Das könnte ihr Verderben jetzt werden, genau. Das ist ein guter Billy. Was ist mit Sable? Ist sie dead on hook? Wo ist sie denn? Da. Ach, Billy ist wütend. Ne, die ist nicht dead on hook. Deswegen hängen die die auch gar nicht erst auf. Das ist nämlich das Problem im Endgame für die Killer. Wenn der Überlebende aufgehalten wird, spawnt er ja auf der gegenüberliegenden Seite der Map und kann dann da eigentlich gut gerettet und halt rausbefördert werden. Die müssen sie jetzt halt aufhängen eigentlich. Genau. Ob noch Zeit zum Retten ist? Ich weiß es nicht. Da hinten. Das schaffen die nicht mehr. Was sagst du, Cheryl? Alleine sowieso schon mal nicht, ne? Ärgerlich. Na gut, ein Kill haben sie sich verdient. Zeitlich war es wirklich nicht mehr machbar. Was hat mir am meisten Spaß gemacht? Also Speer finde ich richtig witzig. Ich mag dieses Basteln der Paletten. Das gefällt mir gut. Und ich mag auch Heiler mit diesem zusätzlichen Bonus. Finde ich witzig. Ich mag den Modus, er ist chaotisch und man kann seine Rolle sowieso nicht immer unbedingt perfekt ausspielen. Also ja, sage ich mal GG. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Rolle eure Lieblingsrolle ist. Darauf bin ich sehr gespannt. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da, wenn euch die Runde gefallen hat. Und wenn euch die Runden nicht gefallen haben, dann vielleicht trotzdem. Bis dann. Ciao.